Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kena, Bridge of Spirits. Wir befinden uns auf dem Weg zu Rusus Haus. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht und da kommen wir, glaube ich, nicht rüber. Oder? Ähm, vielleicht, vielleicht so? Ähm, keine Ahnung. Hilfe, warum büten wir das jetzt hier so zum Jump'n'Run? Ähm, oh mein Gott, ich finde das so süß und so hübsch, wie die Rot 1 mit der Natur sind, ne? Das ist, äh, Hilfe! Oh mein Gott. Wie sie erst ein kurzes Stück runterrutschen und um dann loslassen. Ah! Das ist voll Uncharted-like, aber okay, gut. Egal. Ähm, ja. Ich könnte aber auch wieder zurück, okay. Geronimo! Alter, okay. Ach, ich muss runter. Oh Gott, ich dachte, oh Gott. Ich dachte, ich müsste im richtigen, ähm, Augenblick wieder X drücken, damit sie sich festhält, aber nein. Warum sind die Steine hier eigentlich so... Also, es tut mir leid, dass ich das so sage, aber warum sind die zugewichst? Wer war das? Und warum so... viel? Jetzt sind wir hier. Wir können da hin? Wir können aber auch in den Tod springen, okay. Nehmen wir eigentlich Fallschaden? Ich meine, nein, ne? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Was, was ist denn hier unten? Nur mal so aus Interesse. Eine Frage der Wissenschaft, natürlich, ne? Klar. Natürlich. Komisch. Geisterpost gesammelt. Liefere diese Geisterpost an das Dorf. Ah, und man hätte die dann von hier aus leuchten sehen. Ich, äh, ich verstehe, ich verstehe. So, Kante greifen. Greifen wir mal bitte an die Kante. Sonst, äh, werde ich mürrisch. Mürrisch ist auch so ein altes Wort, ne? Niemand sagt, ich werde mürrisch. Niemand. Niemand sagt das. Jeder würde sagen, ich werde sauer. Oder ich bin sauer. Oder irgendwelche anderen Adjektive, aber doch nicht. Ich bin jetzt mürrisch. Geh mir doch bitte nicht auf den Geist. Achso, ich muss da hoch. Ich finde die so süß. Die ist echt putzig, ne? Guck dir das an. Das ist schon echt. Ein Hingucker. Ein absoluter Hingucker. Also, bei dem Spiel ist echt, ist jeder Pfennig wert. Muss ich einfach sagen. Ich, ich weiß gar nicht mal auswendig, was es kostet. Ich nehme an, ich nehme an, Vollpreistitel, ne? Also, alles andere würde mich halt auch wundern. Andererseits, ich habe jetzt von Ember Lab vorher noch nichts gehört, ne? Und man erkennt hier und da, dass es auch, ich sag mal so, nicht ihr hundertstes Spiel ist. Ihr versteht, was ich meine. Ja, los geht's. Ja, los geht's. Oh mein Gott. Ich ziehe es so fünf. Ja, ich komme vor allem halt auch nicht wieder zurück, ne? That's the point. Ich will die nicht so lange leiden lassen. Ah, Mamma Mia! Das ist ein Scherz. Habe ich, habe ich zu lange gewartet? Oh, wow. Vereil mich! Finder Russo. Ich, ich komme aber nicht zurück. Okay. Hi. It looks like it could have belonged to one of the children. Oh my God. Deep in the darkness. That corruption is powerful. There must be a relic nearby. I need to find another way around. The forest has become too dangerous, Taro. The village is the safest place for you. If you hurry, you can make it back before sundown. I'll come for you when my work here is done. Ich nehme mal an, er kam nicht zurück. Wie gut das Spiel aussieht. Ich komme, ich komme da immer noch nicht drauf klar, ne? Ich komme da immer noch nicht drauf klar. So, Rot-Level, 7 von 10. Okay. Was würde das denn hier? Ah, er erfordert Level 2. Ach so. Das kostet mich gar keine Punkte. Tritt dem Kampf bei. Starte den Kampf mit einer Rot-Aktion. Ach gut, das ist ja geil. 4, 3, 2. Prohierige Fähigkeit erforderlich. Upgrade verfügbar. Schalten. 50 von diesen... Ich hab mir das mal durchgelesen. Ähm. Upgrade verfügbar. Sprintangriff. Leicht. Drücke beim Sprinten. R1, um einen schnellen Rundumschlag auszuführen. Okay. Gegenschlag. Drücke R1 nach dem Pa... Pa... Was? Parieren um... Um einen Wirbelangriff auszuführen. Okay, das will ich haben. Brauche ich diese Dinger sonst noch für irgendwas? Schild und Nahkampf? Bogen. Haben wir noch nicht. Kann ich mir aber schon angucken. Okay. Ähm. Ich glaub nicht, dass ich mir das merken kann. Ich kann ja noch nicht mal richtig parieren. Geister, Taro. Ach du Scheiße. 3 von 4. Ich kann aber nichts machen. Gut. Dann. Mist. Wo? Wo stand ich jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Hilf mir. Nee, keine Ahnung. Was ist hier... Was ist hier Phase? Hier leuchtet es. Und hier geht die Party ab. Oh oh. Da vorne. Sag mal... Trauen die sich ins Wasser? Die trauen sich ins Wasser. Ich mach euch fertig. Ich zieh keinen auf a bitch. Ja. Guckst du doof, ne? Ich mach euch alle. Oh, was ist mit ihm? Oh oh. Oh oh. Was passiert hier? Oh man, ich bin schon wieder. Du kannst mir mal gestohlen bleiben. Oh, hier ist ein dicker. Also nein. Gechillt. Oh Mist. Ich wollte freigeben und in dem Moment... Oh Mist. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Haha. Von hinten in den Arsch. Du kannst mir gar nichts, Alter. Du bist die Lachnummer himself. Ja, sag ich doch. So. Werde noch aufs Maul? Ha. War mir wirklich gut, in dem was ich tue. Wie kommt's? Keine Ahnung. Oh, aber das war ein Treffer, ja. Geh durch zu. Das auch. Ja. Oh nein, ich hab zugehauen, weil ich ein Idiot bin. Okay, jetzt wird's... Jetzt wird's peinlich. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ist ja gerade was geworfen. Ich hab ihn in der Luft getroffen. Opfer. Mama. Ist er tot? Oh, ja, 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 ja. Nein, 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 ich... Na, oh, 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 bitte, na. Ach. Ach, nö. Das war doch gar nicht so schlecht. Ach so. Hä? Wo kommt er denn her? Warum war der gerade nicht da? Was war der leuchtet, der leuchtet, der leuchtet, der leuchtet? Ja, 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 sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh krass. Ja, ja, ja. Nein, geh weg. Ich mag euch nicht. Was ist mit ihm los? Hab ich den gestunnt? Wie geht das? Wie hab ich das gemacht? War das ein Bug? War irgendwie aus wie ein Bug? Bugtales. Uh. Neue Stories Tag für Tag. Bugtales. Uh. Es gibt keinen, der sie nicht mag. Die Bugtales. Nein. Aua, nicht mich hauen. Das ist gegen das Gesetz. Also ja, es ist tatsächlich. Hä? Der wirft mit Stein. Ja. Ja, nee, 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 nee. So haben wir nicht gewettet. Ha. Ha. So, wo ist jetzt der Dicke? Muss ich den aus dem Wasser... Nein, ich glaub nicht, ne? Muss ich nicht aus dem Wasser locken, oder? Aber aus seinem Territorium. Und ich verliere grad Magie. Äh, Energie, meine ich. Nein, nicht, nee, aua. Diese Sau. Warte, er mir gerade angezickt hat. Wieso nicht? Boah, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst, warum kann ich mich nicht heilen? Oh. Steuere ich die nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Nein, ich will nicht in den Foto-Modus. Scheiße. 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 Ah, okay, der kann sprinten. Das ist schön. Nee, ähm... Ich weiß grad nicht, wie ich den nochmal befehlige, sich zu bewegen. Es tut mir leid, ich hab's vergessen. Muss ich über das Touchpad streichen? Weil das tue ich gerade. Scheiße, kann ich mir das irgendwie... Option? Steuerung? Verdammt. Gott, ist das peinlich. Neu zur Ordnung der Steuerung. Rotwurkel verteilen. Mit den Rotsitzen, Maske verwenden. Gegner furchtieren. Neu zur Ordnung der Steuerung. Und wer herrscht da? Gott, ist das peinlich. Steuerung. Achso, da war ich gerade, Entschuldigung. Spiel? Nee. Das ist doch jetzt peinlich! Ich konnte den doch irgendwie befehligen... Was sie machen sollen. Was? 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 Es gibt's doch nicht. Also weder Control-Stick noch die Pad funktioniert. Und wenn ich aufs Touchpad drücke, öffne ich die Karte. Ich meine mich daran zu erinnern, dass ich in die jeweilige... In die jeweilige Richtung streichen musste. Mit dem Touch... Ist das beim PS5-Controller auf dem Touchpad? Das ist gar nicht... Das sieht mir gar nicht danach aus. Oh Gott, ich muss zielen und dann das Objekt bewegen. Ja. Okay. Ja. Touchpad. Duper. So, woher soll ich jetzt wissen, ungefähr... Ich nehme mal hier, da, bitte. Zielen. Ich wusste nicht mal mehr, dass man zielen kann. Bis vorhin. Obwohl, das erklärt mir bestimmt. Aha. So. In the cave. Hör, Mama Mia! Das... Habe ich nicht kommen sehen. Ja, in the cave. Ich wollte eigentlich... Ihn hier machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, gehen, halt dich fest. Ich bitte nicht. Yes, dog. Oh mein Gott, ist das hübsch. Hilfe, halt dich fest. Oh Gott. Mama! Mama! Möp! Es geht nicht! Das ist nichts. Oh mein Gott, ist das hübsch. Hallo! Oh. Kappa. Der ist bestimmt nicht zum Spielen hier, wollte ich gerade sagen. Okay. Offizieller Boss. Ich nehme mal an. Alter, das war purers Glück, dass ich das gerade abgewehrt habe. Der hätte mich volles Rohr getroffen. Okay, er nimmt aber Schaden. Geh mal hin. Geh mal hin. Der ist aufgeladen. Er verpisst sich halt immer nur in seine komischen Kriegslöcher. Warum, warum konnte ich jetzt meinen Hammer nicht benutzen? Ich verstehe das nicht. Das war ein Treffer. Das war ein eindeutiger Treffer und das hat man auch gesehen. In der Schadensleiste, meine ich. Oh, das ist wieder auf, das ist wieder auf, das ist wieder auf. Komm her. Wo ist er? Das klappt doch mal hier. Da hinten ist er. Ja, ich will ihn angreifen. Jetzt aber. Aufs Maul. Sehr gut. Warum kommt der hier eigentlich nicht raus? Jetzt ist er da oben. Hilfe. Aua. Das, äh. Jetzt sag nicht, ich muss ihn da oben. Nee, er ist weg. Das war jetzt nur kurze Angriffsphase von ihm. Okay. Jetzt wollen wir der Gegner. Stärkere. Arschloch. Voller Hammer. Oh, helf Gott. Nein, nein, nein. Das war doof. Oh, das war ein Treffer, das war ein Treffer, das war ein Treffer, das war ein Treffer. Ja, ja, ja. Ey, 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 ey. Ich hätte echt gerne mehr Energie. Himmel. Boah, der verpist sich immer so schnell. Kleine Pussy. Das gibt's nicht. So. If I had a hammer. A hammer in der Mund. Das gibt's nicht. Nur weil der Mist-Sack mich getroffen hat. Oh, 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 oh. Oh. Oh, das war so knapp. Oh, nein. Das ist jetzt bitter. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr bitter. Bleib doch mal hier, du Pisser. Was ist mit dir? Ja, ja, hier, Alter. Corona-Abstand oder was? Das ist ja auch ein Corona-Spiel, ne? Ey. Muss ich den kommen lassen? Also, ihr wisst, wie ich das... Alter. Was war das denn? Himmel! Ja? Ey, ich hab zugehauen. Warum schlägt die denn nicht zu? Ich hab schon wieder mehr als die Hälfte meiner Energie verloren und hab ihn noch nicht einmal getroffen. Aua. Ja, der Durch... Ja, super. Aber ich musste ja auch unbedingt in den letzten paar Sekunden... Oh, nein, lass ich nicht auf! Arschgeil. Das zählt... Bitte? Okay, jetzt cheatet. Das ist cheatet. Kannst du mir nicht erzählen, das ist cheatet. Definitiv. Ja. Stopp, stopp, das ist cheatet. Jetzt, 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 jetzt kämpft er mit... Ja. Ja. Und fairen Mitteln. Wer hat gesessen? Wer hat verdammt gut gesessen, Alter? Das hat fast die Hälfte abgezogen. Wie geht das denn? Wo ist er? Wo ist er? Er rastet aus, er rastet aus, er rastet aus! Please beherrsch you! Oh, da will ich denn wissen, wohin die Scheiße fliehen! Theoretisch sollte es mit einem Hammer dann jetzt aber auch gleich getan sein, ne? Diesen... ...kleinen... ...Rexicke! Oh, wo ist er? Wo ist er? Ich muss den Schlag immer schon aufhören. Da hinten, da hinten. Reicht das? Reicht das? Weiß ich nicht. Das hat gesessen! Okay, und ich hab noch mehr Energie als vorhin. Ja, du bist eine kleine Muschi, bist du. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Komm hier, ich mach... Jetzt ist er da hinten. Muss ich ihn angreifen lassen? Weiß ich nicht. Ja! Chappi! 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 Wo ist er? Chappi! Komm mal! Er ist tot! Und seine hässlichen Pisssuppen mit ihm. Mein Gott! Oh, ich kann gar nicht zurück! Ähm... Achso! Ihh! Ah! Sehr gut! Oh, Freunde hier, schauen wir uns beim nächsten Mal um. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Bleibt dran. Ciao.